Jetzt gibt's hier die Baleo. Aus Österreich. Ja, aber F2, ne? Ja, die sind F2 die Dinger. Ja, ich hatte die schon mal. Also, ja, geht. Okay. Kann man machen. Ein bisschen Dachladen schießen. Habe ich für 10 Euro bekommen, ne? Ja, das geht doch. Kann man nicht weckern, denke ich. Dann machen wir die 10 Paketen weg. Und danach die 11 weggeben. So sind die verstaubt, ne? So, jetzt geht's los. Ja. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR